Wie ist der Team Foundation Server eigentlich aufgebaut und aus welchen Komponenten besteht er? Genau das wollen wir uns jetzt einmal gemeinsam ansehen. Wenn wir erst einmal über die logischen Komponenten sprechen, also nicht über die physikalische Verteilung, dann haben wir zwei Hauptebenen. Wir haben nämlich zum einen die logische Datenebene und diese logische Datenebene, die besteht aus einem SQL-Server. Und dieser SQL-Server, der hält mindestens vier Datenbanken. Wir haben einmal die TFS Configuration Datenbank, also die Konfigurationsdatenbank, in der allgemeine Daten über alle Projekte hinweg abgelegt werden. Dann haben wir die TFS Warehouse Datenbank, die TFS Analysis Datenbank und diese beiden Datenbanken, die werden genutzt, um Daten für spätere Auswertungen bereitzustellen. Und außerdem haben wir dann noch sogenannte Teamprojekt-Sammlungsdatenbanken. Und in diesen Datenbanken, da stehen dann unsere eigentlichen Projektdaten, also zum Beispiel unsere Quellcodes und unsere Arbeitsaufgaben. Eine Ebene höher haben wir dann die logische Anwendungsebene. Das ist unser eigentlicher Team Foundation Server. Und das Ganze besteht eigentlich nur aus ein paar Web-Services, die im Internet-Information-Server laufen. Das Ganze basiert auf ASP.NET und der ganze Team Foundation Server, der ist in .NET umgesetzt. An Produkten steckt dann folgendes dahinter, um das Ganze betreiben zu können. Für die Datenebene brauchen wir eine 64-Bit-Version von Windows Server 2008 R2 mit mindestens Service Pack 1 oder ein Windows Server 2012, wahlweise normal oder 2012 R2. Außerdem benötigen wir einen SQL-Server, denn in dem werden ja die Daten gespeichert. Und dieser SQL-Server, der muss mindestens die Version 2012 mit mindestens Service Pack 1 haben. Oder es kann auch ein SQL-Server 2014 sein. Was die Edition angeht, wird hier alles unterstützt, bedeutet also die Express-Edition genauso wie die Standard- oder die Enterprise-Edition. Für die Anwendungsebene brauchen wir dann schon ein wenig mehr. Auch hier brauchen wir wieder eine 64-Bit-Version von Windows Server 2008 R2 mit Service Pack 1 oder einen Windows Server 2012. Außerdem benötigen wir die Internet-Information-Services, also den Web-Server von Microsoft. Wenn wir dann noch das Reporting betreiben möchten, dann benötigen wir die SQL-Server-Reporting-Services. Und zusätzlich können wir noch einen SharePoint-Server benutzen. Entweder in der Version 2010 oder 2013. Die Foundation, die kostenfreie Edition, die reicht schon aus. Man kann aber auch die Server-Variante nehmen. Das Ganze ist optional und dient hauptsächlich zur Ablage von Dokumenten. Und wenn wir all dieses auf einer Maschine drauf haben, dann brauchen wir schlussendlich auch noch unseren Team-Foundation-Server da drauf. Also die Sammlung von .NET-Komponenten, die die ganzen Dienste für den Team-Foundation-Server bereitstellen. Installiert werden kann das Ganze nun wie folgt. Im einfachsten Fall haben wir eine sogenannte Einzel-Server-Installation. Bedeutet, alles wird auf einer physikalischen Maschine installiert. Auf dieser Maschine, da habe ich dann also den SQL-Server, den Internet-Information-Server, ich habe dort den Team-Foundation-Server, den SharePoint-Server, die Reporting-Services, also all das, was wir brauchen, um den Team-Foundation-Server betreiben zu können. Wichtig ist nur, dieser Server, der darf nicht gleichzeitig auch mein Active Directory-Domain-Controller sein. Das wird also vom Team-Foundation-Server nicht unterstützt. Es muss auf jeden Fall ein separater Server sein. Sie müssen außerdem in Ihrem Netzwerk nicht zwingend einen Domain-Controller haben. Wenn das Netzwerk aber ein bisschen größer ist, dann werden Sie den sowieso haben und es empfiehlt sich auch. Falls uns die Performance, die wir hiermit erreichen können, nicht ausreicht, dann können wir auch eine Multi-Server-Installation durchführen. Das bedeutet einfach, dass unser Team-Foundation-Server auf zwei Servern installiert wird. Ich habe einen Server für die Datenschicht, also auf diesem Server wird dann der SQL-Server betrieben und ich habe einen weiteren Server, auf dem die Team-Foundation-Server-Web-Services betrieben werden. Darüber hinaus kann ich dann auch noch einen separaten Server für die Reporting-Services haben und einen separaten für SharePoint. Außerdem auch noch eine Reihe von Bildcomputern. Ganz kompliziert wird es dann, wenn Sie eine komplexe Multi-Server-Struktur haben. Das nutzt man in der Regel dann, wenn man bereits bestehende Infrastruktur im Haus hat. Bedeutet also, die Anwendungsebene der Team-Foundation-Server also läuft auf einem Server, dann haben Sie dahinter ein Cluster von SQL-Servern stehen, die Sie nutzen, um darauf die Daten abzulegen. Der Team-Foundation-Server selber, der benötigt nun keinen Cluster von SQL-Servern. Das bietet sich also immer dann an, wenn Sie bereits ein bestehendes Cluster haben. Natürlich können Sie dann auch eine bestehende SharePoint-Web-Farm nutzen. Diese Art der Installation, die wird aber tatsächlich hauptsächlich dann durchgeführt, wenn man bereits ein bestehendes Cluster an SQL-Servern und eine SharePoint-Web-Farm hat. Werfen wir nun einmal einen Blick auf die Anforderungen, die der Team-Foundation-Server an die Hardware stellt. Wenn wir also sehen, dass der Team-Foundation-Server einen SQL-Server benötigt, dass er mit SharePoint arbeiten kann, dass er mit Reporting-Services arbeiten kann, dann liegt die Vermutung nahe, dass der Team-Foundation-Server sehr, sehr ressourcenhungrig ist. Mit einem Blick auf diese Tabelle können wir das Ganze allerdings entkräften. Denn wenn Sie einen Einzel-Server installieren, und das können Sie immer dann machen, wenn Sie weniger als 500 Benutzer haben, dann brauchen Sie, wenn Sie weniger als 250 Benutzer haben, einfach nur eine 2,13 GHz Single-Core-CPU, 2 GB Hauptspeicher an Ihrem Server und eine 125 GB große Festplatte. Diese Hardware, die bekommen Sie heutzutage in jedem Consumer-PC, den Sie im Discounter kaufen. Wenn Sie zwischen 250 und 500 Benutzern haben, dann reicht immer noch ein einzelner Server. Dann benötigen Sie aber eine Dual-Core-CPU und 4 GB RAM. Außerdem 300 GB Festplatte. Also immer noch weitaus weniger als das, was in jedem PC von der Stange drinsteckt. Wenn Sie mehrere Server betreiben, dann sehen Sie unten im unteren Teil der Tabelle, dann kann es schon weitaus höher gehen, was die Hardware-Anforderungen geht. Also bis zu 16 GB RAM für den Datenbank-Server, 8 GB für den Team-Foundation-Server und jeweils eine Quad-Core-CPU. Aber auch hier, wenn wir uns das Ganze einmal ansehen, sind die Anforderungen noch sehr, sehr moderat. Das bedeutet also, Sie benötigen keinen riesengroßen Server, den Sie bereitstellen müssen für den Team-Foundation-Server. Die Anforderungen sind sehr gering und man kann den Team-Foundation-Server auch sehr gut virtualisieren. Viele meiner Kunden gehen tatsächlich hin und ziehen für den Team-Foundation-Server einfach nur eine virtuelle Maschine hoch und konfigurieren in Hyper-V diese Maschine so, dass der Hauptspeicher dynamisch zugewiesen wird. Sie sagen dann zum Beispiel, das Ganze startet bei einem GB RAM für einen Einzelserver und geht bis zu 4 GB RAM. Und dann wird dem Team-Foundation-Server immer genau so viel Speicher zugewiesen, wie er tatsächlich benötigt. Und wenn Sie das einmal machen und sich den Verbrauch ansehen, dann werden Sie sehen, dass das Ganze wirklich sehr, sehr gering ist. Zusammenfassend können wir also sagen, wir können den Team-Foundation-Server in zwei Ebenen unterteilen. In eine logische Schicht und in eine physische Schicht. Diese haben jeweils andere Anforderungen an die darunterliegenden Software-Komponenten und sie können auf einer Maschine oder auf mehreren Maschinen betrieben werden. Die Anforderungen an die Hardware, die sind sehr gering, bedeutet also, Sie brauchen kein großes Hardware-Budget, um den Team-Foundation-Server zu betreiben.